Bhagavad Gita, Vers 37-38 O Janardana, obwohl diese Menschen, die von Gier überwältigt sind, keinen Fehler darin sehen, ihre Familie zu töten oder mit ihren Freunden zu streiten, sollten wir, die wir diese Sünde kennen, nicht Gleiches mit Gleichem vergelten. Erklärung Ein Kshatriya darf einen Kampf oder ein Glücksspiel nicht ausschlagen, wenn er von Rivalen dazu aufgefordert wird. Arjuna war also zum Kampf verpflichtet und dürfte ihn nicht verweigern, der von der Seite Duryodhanas herausgefordert worden war. In diesem Falle jedoch, glaubt Arjuna, sei sich die andere Seite über die Auswirkungen einer solchen Herausforderung nicht im Klaren. Er konnte jedoch die üblen Folgen voraussehen und sah sich daher nicht imstande, die Herausforderung anzunehmen. Eine Verpflichtung ist erst dann wirklich bindend, wenn die Auswirkung positiv ist. Wenn aber die Auswirkung negativ ist, kann niemand verpflichtet werden. Da Arjuna all diese für und wieder in Betracht zog, entschloss es sich, nicht zu kämpfen. Erklärung 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 Erklärung